Gerade jetzt im Winter, wenn die Tage wieder kürzer werden, ist es etwas besonders gemütliches, sich zurückzuziehen mit einem guten Buch und einem Glas Wein und das am besten bei schönem Kerzenlicht. Dieser Kerzenhalter ist entstanden in der Werkstatt von Camelo de Giorgio in Luzern. Er hat sich darauf spezialisiert, wunderschöne Wohnaccessoires herzustellen, und zwar alles in Handarbeit, hochwertig gefertigt. Und das Besondere ist, man kann auch persönliche Wünsche anbringen, zum Beispiel einen Schriftzug eingravieren lassen oder die Gegenstände noch veredeln mit Gold oder Silber oder auch in speziellen Farben. Wenn Sie mehr erfahren möchten über diese hochwertigen Objekte, die sich natürlich auch als Geschenk sehr gut eignen, für sich selbst oder für andere, dann besuchen Sie die Website www.precious-taste.sehra. Da erfahren Sie mehr darüber, wie diese Objekte entstehen und auch ein Interview mit dem Schöpfer Camelo de Giorgio selbst.